So, und damit... Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. So, okay. Also, dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ähm... Ja, wir sind am Start des De Nero. Yo, servus, grüß Gott. Und ich glaube, zocken leider, Portal 2. Yo. Mal gucken, ob es noch können, ne? Mein Problem ist gerade, irgendwie... Übelst laut. Ha, gibt es dir auch gerade? Ja. Ich muss dann nach der Aufnahme auf jeden Fall nochmal... ...angucken, anhören. Äh, das ist ja übelst böse. Was? Da waren wir doch schon. Dein Hase. Wo wollen wir jetzt? Wo wollen wir jetzt hin? Hä? Warte mal, jetzt muss man drücken. Warte mal, das war'n. Da oben? Ne, da oben, da. Da oben hin. Ah, da oben hin. Ach, warte mal, das war doch hier. Ja, okay, so war's. Okay, wir waren im Level... Genau, im Level 2 waren wir schon. Okay. So, ja, weiter geht's. Wie ihr gesehen habt, wir haben eine Aufnahmepause gemacht, deswegen starten wir hier in diesen komischen Anfangsbereich. So. Und weiter geht's. Obwohl wir natürlich das nächste Mal wissen, dass wir diesen Anfangsbereich ruhig noch... Ja, egal. Überspringen können. Ja, aber egal, wirklich. Egal. Das hättet ihr jetzt meinen Mutti nicht mitbekommen. Siehst du mal, das ist auch was Gutes. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Okay, wir haben Wasser und wir haben, ja, wieder diese Licht... Ach ja, wir haben jetzt zur Zeit Lichtstrahl. Ja, das ist... Keine Ahnung. Ich glaube, das ergibt nicht viel Sinn, was du da machst. Oh! Das ist aber schon. Das ist doch schön. Haben wir uns jetzt fertig gemacht, oder? Das haben wir angefangen, oder? Nee. Nee? Ich leide, machen wir es jetzt schnell nochmal. Ähm. Das ist doch eine tolle Idee. Ja, gut, gehen wir über den Weg nochmal geradewegs zurück. Warte mal, ähm. Wir müssen da hoch, aber weiter hoch können wir doch gar nicht mit dem Strahl. Oh, Entschuldigung. Ungemacht, Oma. Ja, wir können doch gar nicht weiter hoch. Guck. Kann es sein, dass... Nee, das ist ein Quatsch. Nee. Was ist, wenn ich jetzt... Ah, doch. Da ist ein Ausgang. Jetzt kommen wir zurück. Äh. Wow. Das war gut. Jetzt musst du da vorne. Ach so, ja, genau. Mal den Ausgang, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Ausgang, jetzt gehen wir wieder zurück, genau. Genau. Ja, ich glaube, mit den Lichtern, das ist so dein Ding. Jetzt musst du wieder. Jetzt müssen wir wieder da oben, ne? Ach, nee, genau. Jetzt musst du dann... Und da hinten den Eingang reinmachen. Geradeaus. Genau. Nein, weiter oben, bitte. Noch weiter oben? Nee, nee. Wie willst du das jetzt machen? Da kommt doch keiner durch, das Loch. Das ist doch... Na, wie willst du jetzt hier durchlaufen? Ach da, was ist meinst du? Ah, sag das doch. Hab ich doch. Ich komme hier direkt zum Eingang. Ist hier noch was mehr? Nö, hier ist nix mehr. Okay. Ja, easy. Sehr gut gemacht. Die Menschen sperrten diese Strecke, weil sie sie für zu tödlich hielten. Sie hätten sie dafür viel mehr auszeichnen sollen, aber sie ließen sie einfach verfallen. Schweinerei. Echt mal. War doch easy. Okay, das hatten wir dann doch noch nicht gemacht. Ich sag gleich, euch muss ich abgeben. Jaja, das erste war ja auch nicht ohne. Body. Oh, Peabody. Peabody und Atlas. Okay, also, ja, merken wir uns mal mit, wenn wir solche Dinge haben, wer macht was, dann machen wir das, tun wir das alles mit. Obwohl ich gemerkt habe, wenn du das... Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie retten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Ah, ja. Okay, na dann. Du wolltest was sagen, okay? Ich wollte es sagen. Ich wollte es sagen. Alter, warum ruckelt denn jetzt, ey? Irgendwie hatte in letzter Zeit meine Aufnahme... Was ist, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Und was passiert? Ah, okay, du musst jetzt sozusagen, komm mal bitte zu mir. Aber selbstverständlich. Jetzt tust du mal da drüben, da hin, mal so einen Ausgang machen. Hä? Wo ist denn da jetzt der Strahl? Achso, ja, genau. Genau, genau. Jetzt gehst du mal durch. Ja, du musst wieder fangen. Die Nummer herum. Ah, nee. So ist besser. Ups, das war zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen wollte vor uns gerade. Irgendwas mit Ansage und... Wie war denn das nochmal mit auf dem F oder E oder was? Ich weiß es nicht mehr auf dem E, glaube ich. Ja. So, jetzt muss das ja da oben hin, ne? Hm. Da müssen wir bestimmt... Warte mal, komm ich jetzt hier auch, wenn ich jetzt hier vorbeikomme? Jetzt geht er noch mal rüber. Da oben ist... Doch, da oben ist was, oder? Thomas, hier hört sie auch. Hä? Achso. So, ich glaube, ich muss jetzt... Ah, ich glaube, ich weiß, woher auch. Ja, ich weiß auch. Warte mal. Genau, mach, du mal. Gezimmer. Nee, wenn das jetzt... Wo haben wir da? Und da oben. Ach stimmt, das ist ja von uns gemacht, das Feld. Da? Genau. Okay. Gut, hammer. Irgendwas mit Ansagen. Ich will es gar nicht mehr sagen. Irgendwas wollte ich ja landen. Egal, es funktioniert einfach, was wir machen. Das, das ist ja wichtig. Ja. Okay, was kann das hier? Das wird das Lichtstrahl wieder. Okay. Das war schon mal gut. Äh... Warte mal. Ich habe hier irgendwie eine Möglichkeit. Jetzt bin ich gerade selber. Oh, Entschuldigung. Hm, alles gut. So kurz gucken, ich will besser überlegen. Warte mal, wenn ich jetzt... Komm, dann kannst du das mal weiter unten hinsetzen. Das Loch, bitte. Welches Loch? Hier hin? Genau. Pass auf, jetzt mache ich hier einen Eingang. Dann mache ich hier einen Ausgang. Und jetzt probiere ich mal rüber zu springen. Hey, easy. Wow. Okay. Das ist ja Quatsch, ne? Nee, wir müssten das höher machen. Warte mal, warte mal. Jetzt bitte nichts Falsches machen. Ach, das habe ich ja jetzt gesetzt, ne? Dann habe ich ja jetzt hier gesetzt. Den kannst du lassen. Geh mal durch das Loch. Genau. So, das machst du dein Ding dann nochmal. Nee, komm, wir können schon. Hat schon gereicht. Ah, nein. Trottel. Bin jetzt runtergesprungen. Dann müsstest du mir nochmal, äh... Ach so. Nee, warte mal. So. Und du musst du jetzt dann das dritten machen, zaubern. Von da unten aus, da oben hin. Hä? Nee. War auch falsch. Nee, das war auch falsch. Ja. Ja. Euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Muss irgendwo hier hin. Ach so. Da hin. Ist wieder zu weit drüben, oder? Nichts machen. Weiter hin noch. Nee, ich meine hier. Hier weiter am Rand, meine ich. Oder was? Boah, Alter. Was ist los? Werd gehasst. So. Genau, und jetzt musst du raus. So. Und jetzt musst du den Ausgang der Umsätze. Genau. Schwere Geburt, aber es hat funktioniert. Hervorragend. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Das ist schön. Ja. Boah. Weißt du? Wenn die Lichtstrahlen, das ist für mich irgendwie, keine Ahnung. Das ist schön ein bisschen knifflig. Ich bin so gespannt, was noch dazu kommt. Hoaha. Ja, und ich bin dann mal gespannt auf die Community-Levels da im Workshop. Oh ja. Die kann man ja dann später auch noch mal machen. Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Zu dumm. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Hö, 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 hö. Ach, so warst du jetzt, ne? Nee, warte mal. Dann musst du... Nee, warte mal. Das muss ich selber setzen, warte. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Ach so, klar. Ich bin oben. Du kannst. Ich schuze es selber mal. Ich will kurz Coco. Ich will kurz Coco. Ich will es bis zu hier, aber trotzdem kann man jetzt hier. Doch, warte mal. Jetzt geht hier der Lichtstrahl. Ach, warte. Klar. Cool. Cool. Wee. Ha. Easy. Sehr gut, Onkel. Du lernst. Na? Wow. Ich werde langsam der Lichtstrahl-Man. Der Lichtstrahl-Man. Hä? Hä? Bist du nützig? Hä? Jetzt bist du wieder zurückgelaufen, oder? Nee. Jetzt müssen wir wieder runter. Ach so. Du hast da unten den Lichtstrahl-Man. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer wir jetzt... Ach, ich springe einfach mal. Ja. Tyronimo. Ah, du Arschloch. Du Rind, ey. Das gibt's doch nicht. Euer Fasagen generiert keine neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Hoppala. Du griffst ganz gut, oder? Entschuldigung. Warte mal. Wo ist genau? Hast du jetzt den Schalter gedrückt? Ja. Nur ganz kurz. Ah, warte. Nee. Kannst du da auch mal einen Ausgang setzen? Das kommen wir jetzt aber... Hm. Ach, das kannst du da drüben mal einen Eingang setzen, oder? Ja, so. Wir haben hier unten noch eine Fläche. Ja. Ich scheine stehen zu. Ah, und da drüben, und da drüben, und da drüben. Pass mal auf. Setz mal auf der Seite hier einen Eingang hin. Ja, da. Und jetzt sitzt wir da drüben in den Ausgang. Geht ja, geht nicht. Geht nicht. Und kann ich da nichts setzen. Und was ist, wenn ich das jetzt so mache? Guck mal. Komm ich aber nicht hoch. Warte mal. Warte mal, mach ich nochmal Dings. Pass auf, komm mal zu mir. Stell dich mal hinter mich. Ja. Stehst du? Ja. Soll ich jetzt hier runder, oder was? Da müssen wir hin. Uuuh. Hä? Hä? Wir müssen bestimmt unten die Schräge. Das wird sich ja die Schräge da unten benutzen. Die Schräge? Da unten? Da, wo du bist stehst. Da ist ja keine Schräge. Ja? Von dir hast du das auch so, wer der Schräge. Ja, aber warte mal. Kommst du mal bitte? Kann ich jetzt? Aber da kann man lieber noch nicht herunter. Ah, warte mal. Kannst du, kannst du? Ah, ich hab nie Idee. Scheiße, wie komm ich jetzt wieder hoch? Warte, ich komm zu dir. So geht's natürlich auch. Pass auf. Bleib mal dort stehen. Lass mal das alles so. Ups. Ach, geht ja nicht. Innenlichtstreit brauchen wir. Da muss ich den Eingang machen. Oba la. So. Pass auf. Jetzt können wir nämlich. Jetzt musstest du mal hier. Ne. Wie kann ich denn das jetzt machen? Warte mal. Ich muss jetzt hier einen Ausgang setzen, um dass das funktioniert. Ist das richtig? Genau. So. Pass auf. Jetzt setzt mal hier oben, hier hin den Ausgang. Okay. So geht das nicht. Nee, ich muss ja den Eingang und den Ausgang setzen, um dass da überhaupt der Lichtstrahl durchkommt. Quasi alles, was... Nee, guck, wir müssten jetzt hier irgendwie... Wir müssten jetzt hier irgendwie wieder oben drüber kommen. Und dann setzen wir hier unten den Ausgang hin. Und fliegen dann hier... Also wir setzen hier die Brücke wieder drüber. Genau, Fliehkraft. Fliehkraft. Und dann hier einen Eingang, da einen Ausgang und dann fliegen wir hier rüber. Genau. Und jetzt müssen wir halt bloß... Ich muss das jetzt rüber setzen. Ich muss das jetzt rüber setzen, richtig? Ja. Aber wenn du jetzt... Du hast ja da oben den Ausgang. Das heißt, wenn du... Wenn ich jetzt hier da den Ausgang mache... Nee, stopp. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Was... Du musst jetzt da hinten... Was musst du denn jetzt da machen? Verdammt mich. Einen Ausgang oder ein Eingang? Ich kann den Ausgang ja hier setzen. Genau. So, warte. Ich setze jetzt hier... Warte mal. Wenn ich jetzt hier den Ausgang hinsetze... Und da unten... Muss ich, weil ich den Strahlen weg mache? Und da unten... Ja, genau. Und beim... Nee. Warte mal. Achso, ich fälle einfach nach unten mal. Genau. Bereit? Ja. Können wir das weg machen? Geronimo! Oh Gott, ich bin daneben gesprungen. Echt jetzt? Ja. Na, kannst du jetzt doch irgendwo... Ein schnelles Ding für mich setzen? Nee. Ja, du kannst ja nochmal den Ausgang setzen. Ja. So, musst du nochmal wegmachen bitte die Brücke? Ja, ich guck grad, dass ich irgendwo was hab. Ah, da. Jetzt bin ich da. Wow. Au. Glückwunsch. Euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Eben. Äh, Zeit? Wie sieht's damit aus? Wir haben jetzt genau 21. Na, dann siehst du mal. Ja, dann war's das hier von Portal 2. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und, ja, ich freue mich schon drauf. Und, ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal bei Nero vorbei. Schaut mal bei mir vorbei, falls ihr bei Nero seid. Videobeschreibung sind unsere Kanäle verlinkt. Und, ja, da würde ich sagen, vielen Dank. Bis denn. Tschu-hu-s. Tschu-u-s.